Dein Bruder, der war da auch schon drin und ich würde sagen, wir machen zu... Ach, ich liebe Kinder. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von... The Baby in Yellow! Ja man, The Baby in Yellow Part 2 ist draußen, Baby Larry is... Also Larry, ich verstehe schon. Leute, wenn ihr Bock auf dieses Format habt, lasst auf jeden Fall 640 Daumen da pro Person. Ey, ich wünsche euch viel Spaß! Kuss geht raus und wir gehen rein! Das ist neu. Hallo? Okay, meine Frau hat mir gesagt, sie ist um 7 zurück. Ich soll ein Auge auf Larry werfen! Oh nein. Leute, ihr wisst genau, was passiert. Okay, wir gucken uns das mal an. Moin! Na Larry, was geht ab? Oh, du bist aber ein süßes Baby! Okay, also wir gucken mal, Leute, was können wir hier alles machen? Das wird so gut, ey! Das wird so gut! Oh Gott! Ah, wir gucken nochmal schnell nach oben, was geht da so ab? Ah ja. Wir sollen die Maske finden, steht oben links. Pick up mask, okay. Da ist es schon mal. Nicht schlecht. Was geht... Oh, der Raum in der Mitte! Alter! Leute! Hier kann ich schön zocken! Entspannt! Delirious Army! Okay, okay! Ah, Leute, wer kann sich noch dran erinnern? Das sind Feelings! Alter Schwede! Okay, okay! Was geht hier ab? Yo! Coat? Warum denn Coat? Ist hier Coat im Bett? Leute, na gut, dann gucken wir mal und bringen dem Baby die Maske als ob! Larry, du bist so hässlich geworden! Zieh mal die Maske an! Das Baby sieht doch gleich viel besser aus! Oh Gott! Wir schauen mal, Leute, wir schauen mal! Ich setze dich mal auf den Bilderrahmen, komm! Bum! Okay, Leute, es funktioniert alles noch wie geplant! Also, Baby-Football! Ja, sehr gut, Leute! Okay, okay, bevor wir jetzt hier großartig weitermachen... Ich hole dir mal die Trinkflasche! Hier ist ein Feuerlöscher! Oha! Was passiert hier heute? Okay, okay, Baby, nimm mal die Flasche! Alter, hast du dir die Hose geschissen, oder was? Oh, das stinkt, Leute, das stinkt! Du sollst dir hier die Hose scheißen, hier! Ja, fang an zu heulen! Mit deiner blöden Maske, du hässliches Kind! Mensch, Larry, war doch nicht so gemeint! Also, ich hole dir mal die Windel! Wer bist du denn? Hallo? Was ist er denn? Ja, moin! Larry! Ich hab dir gesagt, du sollst nicht an die Decke krabbeln! Heute nicht! Mein Gott, noch mal! So, komm her jetzt! Das war's mit dir! Ja, wenn du noch mal an die Decke gehst, dann setzt es was! Ist das klar? Also, ich soll dir die blöde Windel übersetzen! Let's go! Ja, da freust du dich, ne? Alter, guck dir die hässliche Maske an! So, Larry, ab ins Bett! Weißt du was, Larry? Die alten Zeiten! Dein Bruder, der war da auch schon drin! Und ich würde sagen, wir machen zu! Ach, ich liebe Kinder! Wir gucken jetzt wirklich mal rein, ne? Larry, war doch nicht so gemeint! Komm! Ich bring dich nach oben! Wir gehen mal in dein Zimmer! Schick eingerichtet ist es hier, ne? Ist doch nice! Wir sollen das Baby ins Bett bringen, Leute! Alles klar, wir machen die Tür zu! Okay, Larry, bei drei Baby-Football! Eins! Zwei! Und Baby-Football! Hahaha! Hahaha! Okay, du willst echt so schlafen? Du willst jetzt echt so schlafen? Na gut! Wir sollen den Teddy auch noch dazu holen! Ah, hier ist der Teddy! Mensch, Larry! Da hast du deinen Teddy! Wir sollen die Lichter ausmachen! Die Tür schließen! Okay, play games on the computer! Leute, geil! Dann ne Runde des Baby in Yellow 1 spielen! Fühl ich! Oh! Was ist da los? Larry weint, Leute! Larry weint! It was at this moment that he knew! He fucked up! Larry! Wo bist du? Was ist das denn hier? Sag mal, wo kommt das Kuscheltier immer her? Larry, wir müssen mal reden! Larry? Was? Du guckst Fernsehen? Du guckst Fernsehen oder was? Komm mal her! Komm mal her! Wenn du noch einmal Fernsehen guckst! Ich schmeiß dich in den Fernseher rein! So! Warum hat der wohl die Maske auf, ne? Auf sein Bett krabbelst du nicht mal? Das Kuscheltier! Das kommt morgen weg! Sag ich dir so, wie es ist! Rein mit dir, Larry! Larry! Ich hab gesagt, du sollst ins Bett! Rein! Da oben die Ecke? Aha! Und rein mit dir! Oh, Alter! Was war das denn? Larry! Larry, komm doch mal aus dem Bett da raus! Ach, Leute! Ich bin der schlechteste Vater der Welt! Okay, Larry ist doch... Wow! Das war creepy! Zwei Stunden später! Oha! Alles klar! Wir sollen wohl weitermachen, ne? Hier ist ein Baseballschläger! Okay, hier ist ein Baseballschläger an der Wand! Alles klar! Leute, Alter! Was sagt ihr zum Gaming Equip? Cheeseburger! Boah, ich hätte jetzt echt Bock auf einen Cheeseburger! So! Larry! Larry! Ich hab gesagt, kein Fernsehen! Das kuschelt hier so weg! Komm mit! Komm mit! So, das war's jetzt mit dir! Rein in den Ofen, Junge! Ja! Nochmal Fernsehen gucken! Ich glaub nicht! So, Leute! Wir machen den Bums hier an! Ist mir egal! Die... Mensch, das war doch nur ein Spaß! Alter! Ich hab Gänsehaut, Leute! Larry ist nicht mehr im Ofen! Brody, das war doch nicht so gemeint! Okay! Larry, ich geb dir die Flasche! War doch alles cool! Boah, jetzt hast du dir schon wieder in die Hose geschissen! Okay, Alter! Mal ganz im Ernst! Es langt jetzt! So, rauf da! Also, Neppi! Hallo? Hallo! Da ist auch noch einer! Junge, wie ist der denn am Durchziehen? Da ist die Windel, Leute! Okay! Wir sollen unter das Bett gucken! Ich will nicht unter das Bett! Ich guck unter das Bett! Wow! Alter! Seid ihr geisteskrank, oder was? So ein dummer Rabel da drin, ne? Mein Gott, nochmal! Ich zieh dir jetzt die Windel an! Und ich will nichts hören! Und nichts sehen! Larry, mach keinen Scheiß jetzt! Wow! Wow! Habt ihr das gesehen? Digga, die Gänsehaut kickt! Schmeiß dich sowas von ins Bett rein! Und BAM! Ihr nehmt dein Teddybären! Watch TV on the Sofa! Leute, wir sollen Fernsehen gucken! Ist cool! Ich mach das erstmal! Ja, ich darf Fernsehen gucken, ne? Ich bin ja auch... Junge, was macht dieses Kuscheltier da immer? Es ist zu leise! Es ist zu leise! Ich muss nach dem Kind sehen! Okay, Leute! Larry! Larry, mach kein Auge jetzt! Wer ist er? Verpiss dich aus diesem Zimmer, Junge! So, Larry! Die braucht ihren Teddybären! Oh, Larry! Telefon? Oh, oh! Oh, oh! Die Frau ruft an! Das Kind heult! Och, nö! Hallo, Schatz! Hier ist überhaupt nichts... Wow! Feueralarm! Alter Schwede! Larry! Es brennt! Das Kind ist am Heulen! Hier hat's grad in der Küche gescheppert! Es hat gebrannt, Leute! Okay, ich nehm den Teddy mit! Mensch, Larry! Dein Teddy sieht doch noch aus wie neu, oder was? Wow! Feinde Weapon! Leute, wir sollen die Waffen finden! Was ist denn das jetzt für ein Game? Weg! So, Leute! Es reicht mir mit diesem Kuschel... Oh, oh! Oh, oh! Weg mit dem Kuscheltier! Weg! Weg! Und auch weg! So, wo seid ihr? Alter! Weg damit! Weg damit! Weg damit! Und das war's! Leute, wenn ihr so ein Kind habt! Ganz im Ernst! Dann ruft mich an! Dann ruft mich an, Leute! Was geht denn hier ab? Kind! Kind, hör auf! Ganz kurz an der Stelle, ne? Das Game ist geil geworden! Setz dich in den Stuhl! Ah ja, Larry hat die Kopfhörer aus! Sieht chillig aus, Mann! Kann ich mir später mit meinem Kind auch vorstellen! So, Larry, wir gucken jetzt entspannt hier! Meine Frau ist nach Hause gekommen! Leute, das gibt Ärger! Alter Schwede! Junge, was war das schon wieder für ein Game? Leute, das war's mit einer Folge Baby in Yellow! So, falls ihr diese Folge gefeiert habt, lasst auf jeden Fall ein Like da! Schaltet mal ein Abo raus! Kuss geht raus, Leute! Schönen Tag, wünsche ich euch! Denno out!